Na let's name mich hier, es wieder hat schla und schau dir wieder für euch in Battle Royale unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute nochmal eine Leveling-Folge von meinem Dunkel-Eisen-Zwerg Paladin präsentieren. Heute wird es die letzte sein. Die Staffel geht quasi zu Ende. Und zwar bin ich mit dem mittlerweile Stufe 109. Ich habe ja noch ein paar Legion-Inversionen gebastelt gehabt zwischenrein. Und jetzt machen wir nochmal die letzte Legion-Inversion, bis wir auf 110 kommen. Und dann schauen wir uns dann auch die Dings an. Die Traditionsausrüstung. Oh, jetzt wurde der Mob hier gerade umgenutzt. Schauen wir mal, ob ich eine Gruppe finde. Die, ne, okay. Ich hätte die anderen Moderationen ein bisschen früher machen sollen. Warte mal, dann fliegen wir jetzt die hier ab und dann hier hin. Und das nehmen wir als letztes noch mit. Dann müsste ich auf jeden Fall auf Stufe 110 kommen. Und dann, ja, müsste ich mein Achievement bekommen. Wo haben wir es denn? Einmal unter Roof. Und dann hier unten, ja, das hier. Und die Traditionsausrüstung müsste ich dann auch kriegen. Denn ich habe weder mit, wer hat einen Freund, noch mit anderen Geschichten den hochgespielt. Also auch nicht einmal den geboostet. Weil lang gibt es es ja leider nicht. Das haben sie ja extra reingebastelt. So, jetzt muss ich bloß schauen, dass ich hier nicht so weit in den Combat komme, dass ich umgenutzt werde. Denn ich habe den Warm-Mode noch an. Und das bekommt einen meistens nicht ganz so gut. Der ist jetzt 110, der Typ. Ja, komm, ich hoffe jetzt mal, dass ihr hier keinen PvP-Kampf anfängt. Dann hauen wir hier mal ein bisschen mit drauf. Die Bossen wurden, glaube ich, einen Ticken abgeschwächt. Also sie hauen nicht mehr so viel Schaden raus, wie es jetzt am Anfang der Fall war in Legion. Aber sie haben halt immer noch relativ viel live. Nur du klopfst an den Viechern halt schon ein bisschen rum. Wie du das vermisst hast, ich weiß, du, meine Anmoderation, die liebst du ja. So, richtig. Zwinker, zwinker. So. Schau mal, da ist sogar noch einer. Also falls der, weißt du, oh shit, das habe ich den Wally angegriffen. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Shit. Muss immer ein bisschen aufpassen, weil einen Dingskampf will ich nicht anfangen. Der hat halt ziemlich Kackgier, wie ihr da seht, weil ich ja dann in WOD nur noch über die Bonus Objectives gelevelt habe und jetzt in Legion halt nur noch immer die Invasion. Da bekommst du halt einfach kein Gier. Also wenn man jetzt hier quasi den Kampf macht, dann zieht man da relativ schnell den Kürzeren. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir aus dem Combat rauskommen. Das ist eine feuchte Träume. Ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Jetzt muss ich mal schauen. Ah, wir sind aus dem Combat. Was habe ich jetzt an die P gekriegt? 112.000 plus 60.000. Also wenn wir das mal zusammen addieren, sind das 180.000 für einen Boss, den ich umgehauen habe. Gut, sogar noch mehr. 10k hat der Typ noch gebracht. Also 190.000 jetzt für den einen Typen quasi, für die eine World Quest. Und das ist halt schon dicke. Also so viele P gibt es nirgendwo anders mehr. Theoretisch könnte man auch die ganze Zeit den Typen umhauen. Immer wieder durchhoppen. Wobei es leider nicht mehr so viele Gruppen da gibt. Also da war es früher ein wenig besser. Warte, was muss ich eingeben? 45058. Kriegen wir eine Gruppe? Sieht eher schlecht aus. Laden wir lieber mal die Leute ein, die hier nur rumeiern. Vielleicht will da ja einer mitmachen. Ah, schau mal, die wollen beide mitmachen. Na wunderbar. Siehst du, Leute, das freut mich. Danke dir. Werden demnächst auch wieder ein paar kommen. Ich will jetzt gucken, dass ich sie immer am Samstag bringe. Ich habe ein paar jetzt noch. Ich habe immer so ein bisschen so einen Plan, wann ich was machen will. Und ja, am Samstag sollen jetzt immer die Mountguys kommen, die nächsten. Ja, gucken wir mal. Habt ihr sicher vielleicht auch schon gemerkt, dass meine Leveling-Dinger am gleichen Tag kommen. Immer die Tollgeise am gleichen Tag. Dass ich da so ein bisschen, ja, so eine Linie habe, auch für mich selber, dass ich weiß, wann ich was bastle. Weil jetzt das auch nicht so ganz streng geht. Also manchmal habe ich da auch, wenn da jetzt mal was Aktuelles ist, was man, wo ich schnell irgendwo einen Tipp oder so geben kann, dann mische ich das schon mal auch ein bisschen durch. Oder wenn jetzt gerade auch nichts da ist an Mounts oder so, dann kann ich natürlich auch nichts basteln. Aber so im Prinzip, ja, finde ich es immer ganz schön, wenn das so einer gewissen Linie folgt. Lust auf BGs? Achso, RWG meinst du? Ne, danke. Im Moment spiele ich kein Rated PvP, weil da einfach die Zeit mir noch fehlt. Ah, schau mal an. Jetzt sind wir auf Stufe 110. Ich mache aber dennoch das hier fertig. Denn zumindest bis Stufe 101 bringen die Invasionsdinger hier noch relativ gut EP. Also es geht dann zwar schon runter, das ist klar. Also es bringt dann nicht mehr ganz so viel wie, also warte mal, wir können hier eigentlich, wir laden einfach die Leute wieder ein hier für das Zeug, bevor ich da wieder eine Gruppe suche. Es bringt zwar nicht mehr so ganz so viel wie auf unter 100, aber immer noch relativ viel. Immer noch mehr als alles, was du quasi in, ja, in BFA machen kannst. Ein guter Grund, warum es weniger ist, weil hier die Items nicht mehr zählen. Du kriegst ja nur bis Level 100, nicht einschließlich Level 100, dafür mehr EP. Das ist leider ein bisschen schade. Deswegen geht es dann ein bisschen runter. Aber, naja, es lohnt sich immer noch. Deswegen mache ich eigentlich meistens noch mal eine Invasion, bis ich den Charter auf 111 habe. Und dann spiele ich meistens über Inseln weiter. So langsam nach oben oder über, ja, BG-Leach oder irgendwie sowas. Je nachdem. Ne, aber PvP will ich in dem Addon auch noch machen. Also Rated PvP. Aber wahrscheinlich dann eher mehr Arena als, ähm, als BGs an sich. Weil über die BGs generiere ich nichts mehr an Achievements oder Loot. Bei der Arena gibt es ja jetzt diese Mounts, die du ja spielen kannst. Da gibt es ja diese, diese lustige, wird das auf dem angezeigt? Äh, hier genau. Das Mount, da gibt es ja dann quasi die Winst, die du brauchst, um dir das Mount zu erspielen. Soweit ich gehört habe, sogar Account-weit. Also egal, mit welchem Chars du vom Account du das machst, kriegst du es angerechnet. Und das finde ich eine schicke Sache eigentlich. So, was, was machst du? Ich habe dich eingeladen, du wolltest nicht. Ja, gut, okay. Ja, dann halt nicht. So, jetzt mal alles einfach hier. Na gut, den Elite-Pult ich glaube ich nicht zusammen. Ich glaube, da machen wir lieber, ne. Lassen wir lieber Vorsicht walten. Ne, und das will ich auf jeden Fall noch machen. Ähm, damit werde ich aber wahrscheinlich anfangen, wenn ich, wenn ich das mit den Inseln fertig habe. Und ich rede jetzt nicht von den allen Insel-Mounts, ne, weil bis ich alle Insel-Mounts habe, ist wahrscheinlich das Add-on vorbei. Sondern ich rede zumindest von den Insel-Achievements, ne. Mir fehlen da ja noch zwei Quest-Items. Ach, scheiße, habe ich so eine Katze gepult, die ich da nicht haben will. Mir fehlen da nämlich noch zwei Quest-Items, wollte ich sagen. Und die zweite habe ich auch noch gepult. Na wunderbar. Ähm, die, ja. Ach, hat er jetzt den Elite dazu gepult? Ja, den kannst du selber tanken. Weißt du, jetzt pullt er den hier rein in meine Weihe? Na bitte, jetzt habe ich den Elite am Sack. Ja, hier, danke. Um den Satz zu Ende zu bringen, ich wollte noch die zwei Quest-Items von den Inseln holen, weil es halt relativ viele Chief-Inseln sind. Ja, obwohl, der geht relativ gut runter, ne. Ich hatte den überschätzt, den Elite. Das sind so Typen, ne. Das habe ich so oft. Du bist das Tank unterwegs, ne. Ähm, machst deine Mobs, die du brauchst. Und dann kommen irgendwelche Leute und denken, oh, der hat da ein paar Mobs. Komm, ich pulle noch ein paar mehr zu dem rein. Der tankt die ja dann für mich schon weg, ne. Und manchmal mache ich es dann aber so, äh, dass ich absichtlich keiner eh Schaden mehr mache, dass die die Mobs behalten. Weil da denke ich mir, ich brauche die nicht, die pullen die da rein und ich soll die für die machen. Ja, da könnt ihr mich mal, ja. Und dann schauen sie, dann pullen sie irgendwie zehn Mobs zusammen und verrecken dran. Und dann denke ich mir, ja, das geschieht dir recht, mein Freund, ja. Also ich habe ja kein Problem, äh, wenn ich die auch noch brauche, da was zusammen zu pullen und zu machen, alles kein Stress, aber so dieses absichtliche Dreiste da rein pullen, der, der wird das schon für mich wegkillen. Äh, das finde ich ein bisschen gammelig. Das lässt immer deinen Panther tanken. Hast du denn einen schicken Panther? Hast du so ein, hast du so ein ganz normales Pad oder hast du irgendwo so eins von den Specialigen? Weil es gibt ja, gibt ja so, ähm, gibt ja so ganz Specialige Pads, die man sich holen kann, so selten, ne, von irgendwelchen Rare Mobs, die dann nochmal ein bisschen cooler aussehen. Die sind nicht stärker als die anderen, ne, also die können das ganz gleiche. Schauen aber ein bisschen Specialiger aus. Was du auch immer, dass du die in irgendwelche Tanks reinziehst, ja, wahrscheinlich bist du genau der Typ, ne. Und ich mir immer denke, na, sowas machen wir nicht hier. So, achso, ich muss noch einen, den Boss muss ich noch killen, oder? Wo ist denn der, ist der, ist das einer von denen da oben? Ne, der hat den Boss schon gekillt, so ein Scheiß. So ein Scheiß. Hier ist nämlich noch der, der Boss, den ich umnatzen muss. Äh, oh, Kacke. Hand auflegen. Oh, das ist ein Max-Level-Typ. Oh, oh. Ich glaub, der, der will, will böse Sachen machen mit mir. Oh, oh. Shit, ich bin noch im Combat. Oh, wir haben hier, wir haben hier einen, einen bösen Typen, der Jagd auf uns macht. Nein, lauf, kleiner. Ah, shit, okay. Das hat nicht ganz gereicht. Jetzt müssen wir gucken, dass wir da ein bisschen wegkommen von dem. Ja, ja. Gibt immer wieder solche Leute. Komm, schnell auf, machen. Ich brauch da hinten noch den, den einen Boss, den hat er bei der Shadow anscheinend gerade umgehauen. Geisterbestien-Pers. Ähm, warte mal, kann der Geisterbestien, kann nur, es stimmt, du warst BM, ne, wenn ich mich, wenn ich mich zu Recht erinnere, es kann nur der Dings, kann nur der BM-Hunter, kann die Zähmen quasi und benutzen. Können alles. Ja, egal. Also nicht so schlecht, die Geisterbestien, das ist richtig. So, warte, den brauchen wir noch, oder? Den Mob. Schauen wir mal, ob hier irgendwelche bösen Leute wieder unterwegs sind. Irgendwelche bösen Leute. Seit wann lädselst du? Äh, seit vorhin gerade eben. Also jetzt noch nicht so lang. Will den, den Paladin wollte ich noch fertig basteln. Anti, hörst du wieder die Songs von Extra 3 an, hä? Ach ja. Ne, der Paladin hat jetzt 110, weißt du? Aber ich wollte die Invasion noch so weit, ähm, mitnehmen. Oh, da kommt ja wieder der DH. Ach, du Spacken, echt. Aber die Dings, hab ich fertig die Weltquests. Das ist ja so ein Typ, der irgendwelche Lowies killt, weiß ich nicht. Der bringt, oder? Bringt die, bringt die Ehre? Obwohl, mit 110 könnte ich ihm vielleicht sogar schon Ehre bringen. Ich weiß nicht. Oh, ne, obwohl ich war noch, er war Totenkopf angezeigt, ne? Wenn, äh, wenn der Totenkopf angezeigt wird, kriegt er, glaub ich, keine Ehre. So, sollen wir mal gucken, was hab ich denn jetzt hier noch? Spinnen haben wir hier noch, und da haben wir noch, ähm, Dings da, Bums da hier, ähm... Achso, und die untere hab ich, hab ich auch noch offen, den Boss, ja, genau. Nö. Also ich fliege jetzt noch die, die Dings ab, und dann hol ich mir meine Traditionsausrüstung, das ist das nächste, was wir jetzt noch machen. Und zwar die vom Dunkelheisenswerk. Weil das Achievement kriegst du, glaub ich, erst auch dann, ne? Also das kriegst du jetzt noch nicht. Ähm, das ist eine gute Frage, wie ich die, die, behandeln, ähm, würde ich jetzt vielleicht anders vornehmen, aber, ähm, prinzipiell sind für mich Twinks nur, ähm, nur weitere ID-Chars, ja. Also, normalerweise kümmere ich mich jetzt nicht sonderlich um meine Twinks. Ich hab zwei Chars, die ich so, ähm, so pflege. Das ist einmal mein, mein Horden-Rate-Char. Und zum anderen, oh mein Gott, da ist schon wieder so ein Typ. Ich glaub, der, der will hier irgendeinen Stress machen. Oh nein, nein, ich bin im Waffel. Also zum einen hab ich den Horden-Rate-Char, ne? Den mach ich. Und zum anderen, ähm, schau ich, dass ich meinen Ali-Char, mit dem ich halt früher immer gespielt hab, dass ich den noch pflege, ne? Der ist halt auch, ähm, ja, was hab ich denn equipped? 3, 76. Also mit dem mach ich zwar keine Raids, ne? Aber zumindest ab und an mal, gut, ich hab jetzt auch schon seit 3 oder 4 Wochen keine M-Plus-Mail gemacht mit dem, ne? Weil ich halt auch zu faul bin. Aber prinzipiell mach ich mit dem halt, ähm, M-Plus mit, ne? Ab und an mal ein 10er-Key, dass wir das fertig haben. Und ab und an machen wir, ähm, ja, mit dem, mit dem Main, obwohl mit dem mach ich eigentlich auch keine M-Plus mehr. Ähm, also auch im Moment nicht. Bis der nächste Raid rauskommt, dann mach ich wieder M-Plus. Und, ähm, mit den ganzen anderen Chars, ich hab mir jetzt einen Haufen Twings hochgespielt. Mit denen hab ich's jetzt so gemacht, dass ich die Dings gebastelt hab, die, ähm, die Warfront, also heißt, äh, die Rares im Arati-Hochland, ne? Beziehungsweise die Rares in der Dunkelküste. Meistens sind's in der Dunkelküste, weil ich da die M-Plus noch gebraucht hab. Und hab die jetzt alle mal versucht, damit etwa auf einen Gear von 320 zu bringen. Weil ab 320 kannst du in die Warfront queuen. Und in der Warfront bekommst du, je nachdem welche Warfront, also die 385er, beziehungsweise die 370er-Items bekommst du ja, hast du ja eine Quest, ne? Also einmal für die, glaub ich, in, äh, hier in Darkshore bekommst du ein 385er und einmal in Arati bekommst du ein 370er-Item. Und dann hast du ja nochmal die World-Bosse, sowohl in Arati des 370er und im Dings des 385er im Darkshore. Und die Sachen versuch ich jetzt mitzunehmen. Also sowohl die beiden World-Bosse als auch die beiden, äh, Warfront-Belohnungen, ne? Und mehr mach ich mit den Twinks jetzt eigentlich nicht, ne? Also sobald ich's jetzt auf, äh, 320 hab, eigentlich nur noch die World-Bosse. Hat, ähm, folgenden Hintergrund. Ich lauf ja mit den Chars die, ähm, äh, ich lauf ja mit den Chars die beiden, äh, so King's Rest und Freehold für die Mounds. Dafür hab ich's zumindest ein bisschen gegiert, ne? Weil, wenn du jetzt halt irgendwie, was die vorher waren, 250 oder so hast, dann lohnt sich das halt nicht, ne? Also das ist halt, ja, weiß ich nicht, nicht lohnenswert, ja? Deswegen, äh, da nimmt sich halt auch keiner mit, beziehungsweise kommst du auch nicht gut durch die Innis durch. Und jetzt drüber vom Item-Level will ich gucken, dass ich jetzt vielleicht noch über die World-Bosse und über die Warfront, die man ja relativ easy machen kann, auf Dings kommen, ne? Auf 3, ähm, 50, weil sobald der neue Raid offen ist, also hier, wie heißt der Laden, äh, hier diese Belagung von Daza-Lore oder irgendwie so, Siege of, äh, Siege of Daza-Lore ist es, glaub ich, oder? Ähm, da muss man halt gucken, dass man, wenn man in den LFR rein will, zumindest, glaub ich, 3,50 oder 3,55 hat. Und da droppt nämlich auch wieder ein Mount, und zwar bei Mecha-Drill, meine ich, wo haben wir es, ähm, halt, ich hab jetzt Leeching eingestellt, hier, haben wir ihn hier, da der Mecha-Drill, genau, der droppt das Mount hier, und das ist auch im LFR drin, und ich möchte halt mit meinen Chars das, äh, Mount quasi im LFR farmen, ne? Und deswegen müssen die halt den, zumindest diesen Schnitt haben, an Item-Level, um in den LFR reinzukommen. Man könnte sich das jetzt auch im Normal-HC-Mythic farmen, das werde ich halt mit den gut-equipten Chars vielleicht machen, aber, äh, LFR hat halt erstmal den Vorteil, du musst dir keine Leute suchen, du musst dir keine gute Gruppe suchen, die den Boss auch packt, weil im LFR kriegst du ihn sowieso irgendwie down. Und das Nächste, was du halt noch hast, ist, äh, dass du halt meistens direkt da in dem Flügel anmelden kannst, wo der Boss ist, ne? Deswegen ist im LFR immer am schnellsten gemacht. So, genau, so viel dazu, aber sonst equippe ich die jetzt nicht krass hoch, ne? Also ich stecke da jetzt nicht viel Aufwand rein. So, wir müssen jetzt mal gucken, warte mal, da ist eine Quest, Stunde, der, äh, Ding. Ähm, jetzt muss ich mal gucken, Dunkeleisenzwerg, achso, ich muss jetzt hier wieder, da haben wir den Bohrer, ne? Die anderen beiden, die anderen drei Dinge mache ich jetzt nicht mehr. Der ist halt so ein DH, der meint jetzt wieder ein geiler Typ, weil er einen Lowey umhaut, und da geht mir jetzt auf den Sack, aber ganz ehrlich, dann soll er sein Spielchen da machen, äh, ist mir jetzt auch wurscht, ich muss jetzt, bin jetzt eh so weit fertig, dass ich mir die Ausrüstung hole, das war jetzt eigentlich der Hintergedanken. Ja, Gahun-Elf, er ist die Hölle, ich hoffe mal, dass es in dem neuen Dings nicht der Fall ist. So, nice, da haben wir jetzt die Traditionsausrüstung bekommen. Seht ihr? Und das Achievement gab's, und jetzt werden wir uns die Tradition, warte mal, kann ich hier aufmahnen? Ne, kann ich nicht. Aber wir können uns jetzt das Set angucken, so sieht das aus, das werden wir jetzt einmal gleich transmoggen. Ähm, laufen wir mal raus. Und, warte mal, das haben wir nicht. Ach doch, okay, wir haben das komplette, ähm, Dunkeleisenzwerg-Set quasi jetzt einmal uns geholt. Dann transmoggen wir das gleich mal, schauen wir mal an, wie das ausguckt. Hm, 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 hm. So, transmog-Mount. Ich hätte mal mit dem Bohrer auch einfach hier bohren können, aber egal. So, Sets. Ich habe ja viele Plattensets, ne, hier. Das war so ein Plattensets, die ich habe. Das ist quasi das jetzt hier vom Dunkeleisenzwerg. Also ein sehr, sehr schickes Set, muss ich sagen. Die Waffe müsste ich vielleicht noch fast anpassen. Obwohl, das passt eigentlich schon ganz gut dazu. Warte mal, jetzt schauen wir mal, ob wir noch ein cooleres Schild haben. Ich könnte natürlich das hier, aber das ist farblich gar... Also, ehrlich gesagt, ist das farblich fast... Also, das ist schon... Hier, das ist das Spoilwerk von Azenoth, ne. Das ist eigentlich das geilste Schild, was es in dem Game gibt. Aber das passt farblich, ehrlich gesagt, nicht dazu. Da ist das hier, was ich ursprünglich hatte, echt besser passend, muss ich sagen. Wir können jetzt mal gucken, ob wir noch ein anderes haben, aber die finde ich jetzt allgemein auch nicht so gut. Vor allem, die hängen da so komisch in der Schulter drin, ne. Also, ich meine, da hatte ich schon das coolste Schild an sich. Das hier vielleicht, aber das passt farblich auch nicht so ganz. Ne, da muss ich sagen... Da muss ich sagen, dass das hier tatsächlich das Beste ist. Ja, also jetzt IDs laufen oder so würde ich nicht machen. Ja, und gerne. Was ist ein Tank in WoWs schlimmer als eine Nadel im Heuhafen finden? Ich habe das Problem nicht, weil ich ja sehr viele Tankklassen spiele. Nicht nur, das wird mir immer unterstellt, dass ich nur Tank spiele. Das stimmt nicht, aber ich spiele viele Tanks. Vielleicht, vielleicht noch irgendwie eine coolere Waffe wäre vielleicht schon was. Also im Moment habe ich diese eine Axt, ne. Äh, vielleicht irgendwas Cooleres irgendwie so. Aber es darf auch nicht so was Leuchtend Blinkendes sein, ne. Also... Oder vielleicht doch ein Schwert. Ein Hammer wäre eigentlich am besten, ne. Ein Kolben, irgend so ein dicker Kolben wäre natürlich auch was. Warte mal, so was. So ein Hammer hätte natürlich was, oder? Vielleicht noch ein bisschen... So ein rötlich wäre es geiler. Wenn ich so einen rötlichen Hammer hätte... Also das finde ich schon gar nicht schlecht an sich. Oder sowas. Ne, der ist ein bisschen kleiner. Also ich brauche schon einen größeren Hammer, ne. Kleinen Hammer gebe ich mir nicht zufrieden. Hm. Haben wir hier noch? Ja, das sieht natürlich cool aus, aber das passt ja nicht dazu, ne. Also für einen Draenei oder so kann man sowas machen. Aber ich brauche so einen badass Hammer. Der da, der da... Ja, das ist so ein Hämmerchen, ne. Ich brauche so einen großen Hammer quasi. Großen... Gräulichen Hammer. Also gut, der ist... Der ist natürlich groß, ne. Aber der ist fast ein bisschen zu wuchtig, ja. Also... Der passt sogar relativ gut, ja. Ja, der... Der wäre fast was. Also der ist nicht ganz so schlecht. Ja, ja. Oder einer, der so ein bisschen rötlich ist. Weißt du, auch so Runen oder sowas drin hat? So wie die Rüstung? Finden wir da vielleicht noch was? Ne, es sieht schlecht aus. Jetzt würde ich mal sagen, ich transmog das jetzt einfach mal. Oder ich bleibe doch bei der Axt, ne. Ja, eine Axt, die ich vorhin habe, die war ja auch okay, ne. Also es war jetzt nicht das krasseste. Jetzt nehmen wir das erstmal so, ne. Und dann schauen wir mal nochmal durch. Ob man vielleicht... Gut, Schwerter wird wahrscheinlich jetzt... Obwohl... Ui, das ist... Aber zum Zwerg nur ein Schwert. Ich weiß nicht da... Also Schwerter gibt es schon coole, ne. Das macht natürlich schon was her. Oder hier das Allianz-Schwert, aber das passt nicht so wirklich dazu. Also Schwerter gibt es schon dicke, ne. Also... Das hat auch was, ne. Hm. Warte mal, jetzt habe ich zu schnell... Sind schon nice Schwerter dabei, ne. Also Schwerter zu transmoggen hat schon was. Definitiv was. Da ist das Schwert länger als der Zwerg, ne. Das ist halt ein einhändiges Schwert, ne. Die sind ja eigentlich prinzipiell kleiner als die Zweinteile. Na gut, das sind halt hier noch... Das sind diese alten Dinger, ne. Ach ja, okay. Das ist... Und hier... Warte mal, ich kann vielleicht auch eine Artefaktwaffe transmoggen... Ah ne, dann kriege ich automatisch das Schild dazu. Okay. Das will ich nicht. Aber vielleicht ist ja ein cooles dabei, ne. Aber das Pala-Schild, das ist halt glänze-lichtmäßig. Das will ich eigentlich nicht. Kann sogar relativ viele Dingswaffen transmoggen, ne. Da kommt man ja nicht hier noch... Ah ne, da beim Bärenkonstell immer noch auswählen, ne. Ne, okay, das ist... Das... Ne, 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 ne. Das machen wir nicht. So, jetzt gucken wir nochmal Äxte. Ob da vielleicht nochmal... Halt, jetzt habe ich hier diese komische Dings da. Diese komische... Wer stört denn da schon wieder? Ne, ne, ne. Ich glaube, ich bleibe bei dem Hammer, oder? Was meint ihr? Oder ich kriege jetzt noch irgendeine richtig coole Axt hier. Die hatte ich, glaube ich, vorhin. Aber das ist so ein kleines Axt hier, weißt du? Ah, hm. Hm. Irgend so was Badass-mäßiges wäre halt schon... Schon ein bisschen nicer. Warte mal, was ist mit der hier? Der war auch klein, ne. Ne, ich glaube, ich bleibe bei dem Hammer. Was? Hansgarschmi... Aber den habe ich, glaube ich, nicht. Ja, das wird ja wahrscheinlich bei... Bei Dings drin sein. Bei, ähm, Kolben, ne. Soll ich mal gucken? Warte mal. Ich gucke jetzt einfach mal, welchen du meinst. Moment. Ähm, wo ist denn das drin? Das müsste ja einmal hier bei... Ähm, Einhandkolben sein. Weil es ist ja eine, die ich ja dann nicht habe. Warte mal, was haben wir denn hier? Keiner von denen, die du... Hier, der hier. Ja, aber das kann ich nicht transmongen. Das habe ich leider nicht. Das Transmog. Ich habe blöderweise halt, äh, weil ich nur mit dem Druid-Transmog sammle, nur die Sachen, ja. Das ist das Blöde. Ja, egal. Ich finde das, der... Der passt auch schon ganz gut dazu, der Hammer. Der ist so ein bisschen im Dunkeln gehalten, hat zwar jetzt nicht so die Runen drauf, aber er ist okay, oder? Also, es würde wahrscheinlich sicher besser gehen, aber, ähm... Jetzt schauen wir mal, ob ich dann noch irgendwas... Was habe ich im Moment hier? Das Rote, ne? Haben wir noch irgendwas Cooleres? Gut, ich könnte jetzt das noch machen. Ja. Oder das hier? Na ja, du, hier. Das passt wenigstens. Deswegen ist es ein bisschen rötlich, ne? Achso, das wechselt die Farbe. Achso, hm. Passt aber auch nicht so ganz. Dann nehmen wir lieber das... Dann finde ich das jetzt fast am besten, ne? Oder mit das hier? Was haben wir da? Ah, das ist fast ein bisschen zu viel. Das finde ich schon gar nicht schlecht. Das finde ich gar nicht schlecht. So, dann ist er fertig. Mein, mein Zwerg mit, äh, Traditionsausrüstung. Ja, passt doch. Vielleicht der Wappenrock. Ja gut, ob der jetzt so ganz dazu passt, ist jetzt nochmal die andere Sache. Den könnten wir, den könnten wir noch rausschmeißen. Hier, Wappenrock, weg damit. Also, die Waffe passt jetzt nicht perfekt dazu, ne? Ich gebe das zu, aber das ist das Beste, was ich hatte. Ich habe halt leider nicht so viel Transmog für, für Plattenträger, beziehungsweise, ja, halt Einhandwaffen, ne? Dritt hat halt eigentlich nur mal die Zweihandsachen, Stäbe, Stangenwaffen. Ja, aber das Schild ist gar nicht schlecht. Also, das Schild gefällt mir. Bolwerk von Azinot wäre auch eine coole Geschichte, aber das passt nicht so ganz dazu. So, was habe ich an Mauns für den? Ich habe einmal, ähm, das hier, ne? Quasi das Mount vom, vom Dunkeleisenswerk an sich, ja? Und das andere, was ich habe, ist das Paladin Mount, was eigentlich besser passt. Das ist nämlich das Dunkeleisenswerk Palamount. Das finde ich, also ich bin eigentlich kein Widderfreund, ne? Ich bin echt kein Widderfreund, aber für ein Dunkeleisenswerk, das sieht nice aus, ne? Also, das passt halt richtig geil dazu. Das ist eine nette Geschichte und für den Char passt es. Der Widder, Kampfwider Rudi ist das, ja? Gut, okay, ja. Ja, dann sind wir soweit durch. Der Charles 110, die Levelreihe ist damit durch. Getransmogged ist er auch. Mal gucken, wie lange es hält. Ich muss immer wieder drüber transmogen, würde ich sagen. Und ja, mich würde interessieren, was ihr, was ihr zu dem Transmog sagt. Ob ihr euch, ob ihr da andere Waffen genommen habt oder hättet gerne Vorschläge rein. Ich habe, wie gesagt, leider nicht mehr, aber vielleicht kann man sich ja da nochmal was holen. Vielleicht farme ich sogar was, ja? Ja, wir werden es sehen, ja? Wir werden es sehen. Gut, so. Was haben wir? Ich habe noch Post, warte. Was ist da? Kriegen wir jetzt noch irgendwas Nices hier als Dunkeleisenswerk oder ist das vom Auktionszuhaus? Na gut, das ist vom Auktionszuhaus. So, das war es dann mit der Leveling-Folge. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann bei einer anderen Leveling-Folge. Euer Tela. Bis dann. Ciao.